Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Trouble in Terrorist-Torn. Alter, vlogg mich nicht. Heute mit dabei Bleddick. Hi. Der Sascha. Na, Benz. Der Chaila. Kokok. Nemesis. Jojojo. Tonic. Jojo. Und Texan. Dorn. Wunderschönen, guten Abend. So, ich würde sagen, Runde frei. Yeah. Hi Freunde. Angetreten. Nein, nein. Freude. Also ich fühle mich wirklich ein bisschen sowjetisch mit der Waffe, die ich in der Hand habe. Äh, die Traitor-Falle ist aktiv und da liegt der DT drin. Oh. Ja, GG würde ich sagen. Äh, Mathis? Ja. Mathis. Wat denn? Mathis. Ja. Mathis. Wat denn? Das Ding hat ja ein Dach. Mathis. Das Ding hat ja ein Dach. Was denn? Haushalt? Mathis ist es. Wo gibt's denn sowas? Mathis ist es. Wer? Mathis. Mattis. Mattis. Was schießt noch? Mattis. Was checkt man denn da ran? Hier wurde rumgeballert. Ich hab's akustisch nicht verstanden. Hila hat... Mathis war's. Mathis war Inno. Xanto war's aber auch nicht. Und Hila hat jetzt Nemesis umgelegt. Ah, hallo. Wie geht's denn Dach? Ich wusste nicht, dass es hier ein Dach gibt. Ich hab ein Hoch und Xanto ist umgekippt. Du hast bestimmt beide umgelegt. Nein. Shotgun. Ich kann hier nicht... Ich kann hier nicht klicken. Shotgun. Und du hast die Shotgun. Nein, 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 nein. Hier ist auch ne Shotgun. Da. Nein, nein, nein. Das war die Idee geklickt jetzt. Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Oh, 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 sorry. Oh, falsche, falsche. Warte, wo ist er hin? Wo ist er hin? Junge. Ey! Was läuft jetzt bei euch? Ach, Sascha hat irgendwie alles gemacht, außer Bevorius. Okay. Und dem musste ich mich erstmal rächen. Das war doch klar, du Stück Scheiße. Wer musste sich an mir rächen? Ich musste mich an dir rächen. Wieso? Weil du gestartet hast, bevor ich ready war. Ja, mein Karma ist wieder unten. Okay. Und es geht schon wieder los. Ich hab jetzt nur eine halbe Anmodi wegen dir. Was? Ich tue schon gleich 100 Karma weniger. Alter, was mach ich denn? Ich hab mehr als ne... Ich hab ein bisschen mehr drauf. Alter, Minus 8 Punkte, Minus 7 Punkte. Läuft bei euch. Aber warum hat Nemesis mehr als Heiler? Achso, weil Nemesis schon angeschossen war und Heiler ihn nur zu Ende gebracht hat. Warte mal, Mathis? Ja? Mathis, komm mal kurz. Wo bist du gerade? Komm mal hin, glaub ich. Beim Aufzug ist der Heiler. Trost me! Trost me, mein Ingenieur. Ja, danke. Mathis? Schenk ich dir. Ja. Go. Ich hab Sascha die Nähe gefunden. In der. Muss ich den Headshot aufnehmen? Achso, ich dachte schon. Nein. Kann ihn nicht aufnehmen, da? Äh, äh. Dann hat er ihn ganz. Dann ist... Irgendeiner ist unsichtbar. Hat schon ein Item in dem Slot. Na dann? Hier ist ein Deadringer angegangen. Ha! Aka für mich. Oder ein unsichtbar. Das war gut kombiniert Sascha. Das war richtig schön gemacht. Nö. Ah, das war ein... Geil. Mathis! Baby, wo ist es? Ja, warte, warte, warte. Wer? Eine Mama. Hä? Wie kommt das? Äh, einer von denen hat Second Chance. Okay. Mal ganz ehrlich, aber was sollen wir das? Geh weg! Oh, ich lebe doch noch! Was ist das? Hat meine Second Chance schon was genüsst? Und dann sowas. Ärgerlich, Mathis, ne? Hatte ich auch schon. Aber bei mir hat es zu mir keiner gemerkt, dass ich das mal gemacht habe. Gibt es eigentlich das Item... äh, Dead Ringer nicht mehr? Ich habe es nicht gefunden. Doch. Ist in der Mitte so vierter Zeile oder sowas. Vierte, fünfte Zeile. Heißt das auch Dead Ringer? Ja. Ist ein weißes Hintergrund mit... Äh... Wie heißt es? Ist ein weißes Hintergrund. Weißes Hintergrund. Weißes Hintergrund. Weißes Hintergrund. Da kennst du dich mit auch weißem Hintergrund. Weiß immer bei... Ja, mit weißem Hintergrund. Vitaly. Vitaly verkauft viel weißem Hintergrund. Ja, was ne? War das ne... Hast du Schaden davon bekommen? Heiler? Nee. Ja. Ja. Okay. Lassst du mir die... Lädig. Nö. Ich meine... Sonto hat da hinten gefurzt. Geht da nicht längs. Mach das nicht Sonic! Ne. Warum? Da war richtiger Dampf. Ja. Freefall! Oh, Newton Launcher. Geil! Äh, Radar. Nicht schon wieder ne Newton Launcher. Warte mal, Freefall kriegen wir dann trotzdem, äh... Der bringt auf der Map nur leider nicht so viel. Ja, ja. Knife battles. Ne. Oh Gott. Kriegen wir trotzdem... Kriegen wir trotzdem Karma weg, wenn wir die... Schon so ein bisschen, ja. Ja. Ach, weiß ich, das ist für alle. Ach, verdammt. Was? Hahahaha. Keiner. Ey! Sorry. Geh weg! Auf einmal zerfallen wir mit Messer rum. Das ist, äh, irritierend. Au. Oh nein! Aua, aua, aua! Wer hat wen jetzt umgebracht? Die Grube ist offen. Wer ist schuld? Wen muss ich neifen? Oh, was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Blutbad? Am Pool. Was ist ein Blutbad? Oh, Mann. Hihihi. Hallo. Was... Wo ist ein Blutbad? Ja, am Pool. Äh, geh weg mit dein Messer, du. Pool? Achso, das... Aua! 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 Ah! Hilfe! Jetzt komm, wir töten uns damit nach. Au! Hallo. 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 Detektiv schubsen. Haderlich war. Endlich können wir uns an ihm rächen! Hä? Aua! Sascha... Was war denn da? Der Sascha ist es! Sascha! Und wer ist beide? Gar nicht wahr? Und Mathis. In keinem Raum. Mal wieder irgendwo, ey. Ach, Mathis. Komm doch vom Dach runter, da. Und rede mit uns. Ach, toll. Macht der die Falle an. Das ist doch nicht. Ja, ist klar. Hat einen schönen Flachköpfer reingemacht. Das war ganz witzig. Flachköpfer? Das ist gar nicht ganz oben. Der ist, äh... Nee, der ist gerade aufm... ...weg nach unten. Ist der im Fahrstuhl oder was? Nein. Jetzt fährt er mit dem Fahrstuhl raus. Juhu! Sascha! Boah, Sascha, ey! Was, Sascha? Du hast den letzten, der gelebt hat. Was? So, nach der... Nach der nächsten Runde, wenn ich dann tot bin, mache ich... äh... ...schwimm ich mit den Schildfrütteln. Lass das mal einfach. Ja, oder du nimmst einfach ne Pflanze. Du tötest mich nicht bledig. Hab ich. Ich hab wieder gelebt. So, jetzt schauen wir uns das Karma an. 1945, naja gut, das ist ja noch mal akzeptabel. Weil, dass du es zu Beginn nicht mitbekommen hast, dass der Boden daneben dir weggebrochen ist. Ah, war 66, läuft. Ich dachte schon, oh scheiße, jetzt muss ich hier wechseln, das gilt für mich. Ich hätt dich auch gekillt, Sascha. Ich hätt dich auch gekillt. Was ist eigentlich hier das für ein Raum? Ja, was für ein Raum? Da kommt nur ein... Ah, deswegen bin ich da nicht reingekommen. Tanto ist es. Nein. Nein, da kommen eigentlich nur Traitor nicht rein. Tanto ist es. Was ist denn? Was ist denn ich? Der hat direkt unter mir die Traitorfalle aufgemacht. Ach, Lüge. Junge, weißt du was du willst? Lügen tust du? Das bist du. Irgendwer reingefallen? Nee. Keiner an da vorne dran. Nein, ich wäre reingefallen, aber ich bin doch rechtzeitig... Kann ich dich da anschließen, bledig? Du kannst es versuchen. Nein, lieber nicht. Dann gibts einen Klick. Ja. Man muss dann treffen. Lebt der Heiler noch? Ja. Okay. Das werde ich gerade dir sagen. Also auf dem Dach ist Xanto nicht. Was ist das? Lieber Deter. Ah, okay. Das ist ein Dings-Tester. Randomat. Was? So ihr zieht. So ihr zieht. Ach ne. Ja. Also ich fühl mich jetzt schon ein bisschen gefickt mit meinen 75. Ja. Ich hab 160. Ja, ich hab mir ja 200. Ja, ich hab mir ja 200. Wieso nicht? Alter, ich schreck nicht, wie man hier aus dem Dings rauskommt. Aus dem, äh, aus dem Keller. So, Nick. Wer herrscht dich? Soll ich dich mal abholen? Ah, okay. Ich hab's. Soll ich dich mal abholen? Bam! Danke. Wie er sich jedes Mal erschreckt. Boah, der war genau hinter der Dingens. Der ist wie ein Wein. Nein, der muss, der muss, aah. Oh, das verfolge ich. Kom 360, no scope, alter. Warte, ich glaub ich krieg gar nicht. Oh, warte, 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 warte. Ach, warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Ich hab ein Bumerang gekommen. Ich hab'n Bumerang gefunden. Ah, ha. Du hast doch 50 damage gemacht. Ich hab'n Trader gekillt. Sorry. Wer hat den Bumerang? Ja. Ich hab'n Bumerang. Bis es das dann auch richtig gecalled, dann ist der Inno. Ich auch. Du hast ihn gekillt, ja. Ja, außer ich mach die J-Taktik. Ja gut, dann könnt's ja nur Bevo oder Haider sein aus meiner Sicht. Wer hat den Boomerang? Ich kann ja gerne duelieren. Wer hat den Boomerang gekillt? Wer hat den Boomerang? Ich hab den gekillt. Äh, Sonic hat den gekillt. Wer hat den Boomerang gekillt? Bevo, komm mal her. Bevo, hier rein. Da geht's. Mikrowelle. Was ist das? Anklägen. E draufdrücken. Achso. Okay, er ist gelös. Er steht hier noch drin. Ja. Kommt hier mit raus. Nice. Ah, schade. Das ist doch cool. Das ist doch cool, ja? Aber komm, du kannst noch nicht einsetzen bei zwei Leuten. Extrem. Schaut out in der Küche. Ich dachte, das wäre eine Mikrowelle zum Heilen und ich hätte Schaden. Aber trägst wahrscheinlich keine Punkte her. Ja, ich hab gute Traitor-Runden, Junge. Ich hab scheißrunden. Wie immer. Wie du einfach mehr Punkte hast als ich. Ja, ich hab keine Kills gemacht als du. Wie du einfach mehr Punkte hast. Ja, aber die Traitor-Kills bringen halt nichts. Du musst ja schon als Inno einen Kill gemacht haben. Ah, das hab ich auch. Ah, Winchester. Nice. Da? Nein, keine Deagl. Fuck! Die Deagl sind weg. Ich bin nicht Deagl. Das ist ja echt scheiße. Ohhhh. 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 Was probieren wir dann diesmal? Gar nichts. Es ist ja ein Sascha. Sascha ist Traitor? Nee, Deagl. Hey, Deagl. Geh weg. Wir brauchen coolere Deagl-Items. Die sind irgendwie alle langweilig, die wir haben. Hallo. Hi. Wir brauchen einen cooleren Deagl. Ohhhh. Hey, cool to great again. Cool. Hey, cool to great again. Hey, cool to great again. Können wir nochmal die Minecraft-Map in dem Gefängnis spielen? Das war sehr lustig. Das war sehr lustig. Ist das Gefängnis? Ja, ja. Das war schön mit dem C4. Meine Punkte sind mir grad egal. Bitteschön, hast einen Incendary. Was ist mit mir? Jetzt mit mir? Incendaryl. Oh, jetzt mit mir. Da unten läuft jemand. Ich bin im Keller. Hab ihn noch nicht gesehen. Ist das mit Daryl? Stehen geblieben. Ohhhh. Richard hat dann abgeseilt hier. Ja. Bist du unbekannt? Wer sind sie? Mathis. Mathis ist der Mr. Unbekannt. Mathis. Hallo Mathis. Hey. Mathis. Aua. 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 Ich stecke in der Tür. Aua. Das find ich jetzt aber nicht nett, dass du mich töten wolltest. Warum nicht? Ja, was soll denn so ein Scheiß? Was hab ich denn jetzt? Ich hab noch 50 HP. DT, möchtest du mich heilen? Äh. Ich hab keine Prits zu heilen. Mathis hat mich in die Tür eingeklemmt. Deine Schuld. Du wolltest ja nicht weggehen. Hä? Hättest du mich da einfach reingelassen. Ne, 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 ne. Du kommst hier nicht mit. Hahahaha. Ah, Bleidick. Ey, ich war in die falsche Richtung. Na, willst du was versuchen? Ey, ey. Ich will nichts versuchen. Warum, warum darfst du mich da drauf? Jetzt darfst du mich da drauf. Ich hab mich mega schocken. Ich brauch nichts versuchen. Jetzt darfst du mich heilen. Ja, ich hab keine Krans zum heilen. Ja, selber Schuld. Ja. Heil mich. Heil mich. Warum aimst du denn so auf die Stelle ab, ey? Weil ich wissen wollte, wer da kommt. Ich hatte Angst, dass Sonic rumläuft. Nö, nö. Sonic ist immer noch und dran. Ist denn jetzt schon jemand safe traitor? Ja, ich. Sonic. Sonic. Guck mal, ich sag's sogar. Guck mal, wie nett ich bin. Sonic! Richtig nett. Schon wieder Bevo. Der ist richtig suspekt. Ey, lol. Weg, Junge. Mathis, geh weg von mir. Ja. Hab Boom gemacht. Und da war... Bleddick ist suspekt. Bevo ist suspekt. Boombody oder sowas. Oder Märtyrer. Da ist Sonic. Irgendwas in der Art. In dem Fall, Dete ist tot. Und Bleddick hat ihn nicht abgeschossen. Wen? Nein, das war die... Sonic. Oh! Ach! Ach komm schon! Alter, was kannst du eigentlich? Halt's Maul! Ab hier! Wenn du dich sofort erwischen lässt. Junge, ich hab Kids gemacht. Wo er so... Sofort gekauft hat. Ja, instant. Das ist doch normal. Ich wusste schon nicht, ob ihr mich verarschen wollt, dass Sonic Traitor ist, weil er es selbst gesagt hat. Ja, ich sag's doch sogar noch. Und... Damit ihr es nicht vergisst. Ach, Sonic. Ach, Sonic. F***! Ach, hier ist eh keine Waffen mehr drin. Wir müssen... Ein scheiß Waffendieb. Weißt du das? Ein Waffendieb. Der schon vorher. Ja. Ja, klar. Ja. Hallo, hinterher sind so Sparger. Ich glaub Sascha hat gekauft. Wann soll ich denn gekauft haben? Sehen wir gleich. Sascha kauft immer. Bist du wohl schon die Tracer verlaufen? Ich kaufe immer die Dragon. Äh, warte mal. Da kann man nicht drüber hüpfen, oder? Ne, warte mal wieder. Ich wüsste nicht versuchen. Ja, aber mal kurz. Ja, aber mal kurz. Ja, aber mal kurz. Ja, aber mal kurz. Hallo, wenn ich tot bin bin. Komm mal mit dir aufs Klo. Komm mal rein. Musst eh kacken. Komm mal mit aufs Klo. Musst eh kacken, Alter. Aber Sascha, hier dürfen wir nicht rauchen. Die Weiden am Klo. Wenn ihr zurückgeht, ey, wie ihr Schiss hat. So ein Stück Kot, ne? Oh Gott! Boah! Geil! Das ist fies. Damit kriegt man doch aber bestimmt den Schwung hier hin, oder? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das scheint sein ganz weiter gestorben. Nein! Blattig! Blattig is it! Nein! Gar nicht! Das kann doch nichts passieren! Wunderbar! Hör doch mal auf, sich zu bewegen! Nein! Niemals! Geht auf im Kreis! Aha! Was ist denn los mit dem Spiel heute, ne? Oh Gott! Werde ich gegessen? Ha 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 ha! Wo bin ich? Wer ist das? Sorry! Hör doch! Aua! Ja, erst mal mich rufen! Okay, danke! Alter! Ja, aber sorry rufen! Wo rufen denn? Ach man! Weißt du, ich hab so... Aber als Traitor... Ich wollte nur gucken, was mit dir passiert. Man kann als Traitor an die Traitor-Falle fallen! Ja, natürlich! Ach, natürlich! Das ist mir neu! Ich hatte Angst, dass ich das herbe! Voll will zu langsam! Grausam! Nicht ein fucking mal darf ich T sein, ohne dass ein bekloppter Dete den scheiß random Mark aktiviert! Letzte Runde, by the way! Grausam! Echt grausam! Ja, nehm es ist es! Oh geil! Free for all! Ist ja wieder ne tolle Runde! Schrecklich! Gute Launcher! Oh Gott! Heißwasser! Oh Gott, Bevorius! Das war's mit der Runde TTT! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Links zu den anderen unten in der Videobeschreibung verlinkt! Oh ja, bis zum nächsten Mal! See ya! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Tschüss!